Warum bist du da? Wir wollten doch da hin. Ja, kurz... Ja, Freunde, neuer Abend, sorry. Wir sind hier ein bisschen natürlich noch unwarm. Natürlich unwarm, oder? Unwarm? Was ist das denn? Ja, unwarm, oder nicht? Nicht warm gespielt. Ach so, unwarm, ja. Einen kalten Körper. Ja, ich gehe mal hier ins Double Blue. Oh. Es hat sich nichts verändert, ne? Ne, es hat sich nichts verändert, ne? Egal, wann man hier eindockt. Das erste, was man hört, ist eine M4-Salve. Auf irgendwelche Bambis niedergeprassen hier. Ganz normal natürlich hier an der Küste in Czerno. Ja, in welchem Gebäude bist du gerade? Äh, Double Blue. Oh. Double Blue. Was denn? Ich glaube, im Gebäude vor uns ist einer drin. Welches Gebäude? Das braune mit der blauen Tür. Really? Ja, ich habe da irgendwas rumrennen sehen, ne? Ohne Spaß jetzt. Oh Gott, der Sieblin! Das bist du, oder? Ja, klar. Och, Digga. Ich will das alles nicht mehr, ne? In Double Blue, habe ich doch gesagt. Das ist nicht Double Blue, das ist braun, das Haus, Junge. Das hat aber bluer Türen hier. Auf der Rückseite ist eine Einzeltür. Ich spiele dich jetzt erstmal ein bisschen unwarm hier, Bruder, würde ich sagen. Wir machen einen kleinen Cut und gucken mal nach den bösen Buben. Ich glaube, das war so Richtung Police oder aber auch Richtung gelbes Eck-Wohnhaus, ne? Perfekt, nice. Ja, 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 ja. Okay, Bruder. Was ist los? Also, kurz zur Orientierung. Wir sind hier gerade vor der Police, also neben der Police quasi im Gebäude. Und das wusste ich gar nicht. Man kann da hinten ins Trickgebäude rein aimen. Ja. Und ich habe da gerade tatsächlich jemanden gesehen. Auf Ernst oder wie? Auf Ernst, ja. Trickgebäude von der Police aus gesehen rechts. Ich weiß nicht, ob die uns schon gesehen haben hier, aber. Darf er da drin sein? Ja, ich weiß nicht, ob das die Pixel, die ich da sehe, ein Spiel hat. Da war gerade definitiv ein Face zu sehen. Du musst da schon durch den Scrope hingucken, sonst siehst du das nicht. Ja, geht nicht. Ja, 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 ja. Blutet. Ja, ich gehe hin, oder? Willst du echt hingehen? Nicht wirklich. Ja, treib die mal hoch, treib die mal hoch da. Ja, okay, warte. Vielleicht versteckt er sich jetzt auch gerade. Einiges hier so. Ja, lass mir das eine oder andere hier. Und dann gehe ich da einfach mit der M4 hin. Ja, easy. Doppel, wie sagt man? Doppelpush, doppel... Doppelpush, genau. So heißt es. Na, du weißt schon. Ich gehe jetzt mal hin, das ist auch ein Double Blue übrigens. Doppel... Treib die mal oben in die Ecke. Und dann kann ich den vielleicht hitten. Oder, naja, er pusht dich halt und dann musst du ihn hitten. Zerberstung, der Dominus Zerberstus. Ja, gut, bist du schon da? Ich gehe rein, ich gehe rein. Du gehst rein, sehr gut. Nice, 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 nice. Ich habe ein bisschen Schiss. Möglicherweise weiß der, von wo aus ich geschossen habe. Kann man hier hinten reinschießen? Oder nee, müsste safe sein. Ich hasse das Pushen, Alter, in diesem Hubgebäude. An den Fenstern sehe ich ihn gerade nicht. Aber der kann natürlich um die Ecke sein oder liegen. Der kann überall sein, gell? Ja. Ich gehe rein, ich gehe rein. Ja. Nichts. Really? Nichts? Abgehauen, Bro. Meine Fresse. Wah! Wo? Auf dich? Nee, 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 nee. Alter, vor der Police sind immer diese Scheiß-Police, Bro. Sind 80 Leichen, ne? Ja, ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Ich sehe jetzt hier gerade keine, aber hey. Ja, wo kam das gerade her? Bahnhof oder Piano, die Ecke? Nein, Police, bei dir. Das kam aus der Police, meinst du? Das war ein bisschen leise dafür. Ja, sollen wir mal in die Police gehen? Ja, muss ja, ne? Da ist nichts anderes übrig. Ich würde sagen, dein Stuff lassen wir erstmal hier liegen, ne? Ja, aber leg du auch eine Sniper ab. Ja, ich wollte gerade sagen, eine SKS lege ich mal ab. Was, wir sterben so? Dann können wir auf geschmeidig hin. Auf geschmeidig hin. Ja, pass auf, ich nehme mal M4 und Weiger mit. Und ganz geschmeidig lasse ich hier auch nochmal eine Piste liegen. Und eine M5. Wart doch mal! Ja, ich kann nicht warten. Wir sind ein Team. Ja, klar ist die M5. Seit zehn, Jürich, hier alleine rein. Da ist einer, da ist einer, da ist einer. Ja, hoffentlich kriegt er dich, Mann. Hinter der Bar, hinter der Bar. Welche Bar? Da ist so eine Bar in der Police. Ach so, ich dachte gerade, Alter, ich bin hier am Kaffee-Dreieck. Hinter der Bar. Ja, okay, warte mal, vielleicht kann ich da irgendwie hin-aimen. Der Pfeift, der Pfeift. Oh, fuck, bist du das? Bist du da? Ja, 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 ja. Oh, Alter. Hinter der Bar. Ja, den kann man jetzt so gerade nicht hinschießen. Ja, der hat natürlich alles zugemacht. Man könnte vielleicht, warte mal, lass mich mal die M4. Ah! Von wo? Du tot? Nein! Nee. Push mich doch nicht weg! Alter, mach doch keinen Stress hier. Wir sind doch hier ganz friendly. Natürlich mach ich Stress. Das ist immer noch hier. Man kann ja nicht über diese Dreckswand gucken in diesem Game. Da ist er immer noch an der Bar. Was passiert da? What the fuck? Wie konnte er mich killen? Was passiert da? Ist er immer noch an der Bar? Ah! Oh, scheiße. Die sind zu zweit. Wo bist du denn? Ich bin dead. Oh. Ah, wir sind wieder am Start. Die sind wahrscheinlich noch in der Police. Du musst weg. Position? Ja, ja, wollte ich gerade sagen. Mein M4 ist jetzt langsam leer, ne? Oh, warte mal. Hier, äh, 20 Schuss gedroppt. Ja, ja, ja. Danke, Bro, danke, Bro. Alles safe, alles safe. Boah, das gibt's ja nicht. Gut, also wir müssen eigentlich noch mal in die Police rein. Ja, ich glaube, die müssen die wegsnipen. Das ist minimal risky. Hast du einen Scope? Ja, auf meiner Schreiber. Ah, die, die, die SV-Dings hast du noch, ne? Ja. Okay. Schwierig. Wir könnten Double Green versuchen von hinten. Ja, das wäre eine gute Idee. Machen wir das? Ja, hier sollten wir auf jeden Fall weg. Die wissen natürlich, dass wir hier sind. Okay. Bist du raus? Ich bin unten, ich bin unten, ich bin unten. Okay, dann Double Green und versuchen die wegzusnipen. Weil die campen hart in der Police, so, ne? Die, ja, 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 safe. Und ich glaube, die schicken da immer ihre Bambis rein zu uns. Eigentlich hätte man die Waffen zu stellen müssen, ne? Na, egal. Egal, zu spät. Okay, du bist oben drin, Bruder? Ja. Perfekt. Nice. Siehst du was? Ja, nee. Ich sehe jemanden. Was, wo? Im Gebäude hinter uns. Oh, scheiße. Bleib unten, bleib unten. Der darf uns nicht sehen, der darf uns nicht sehen. Den habe ich jetzt echt nur zufällig gesehen, ne? Ich gucke da so hin. Äh, da bewegt sich das? Was zur Hölle? Siehst du den? Nee, gar nicht. Okay, bleib unten, bleib unten. Da, wo ich hier ne aime, das Fenster. Vielleicht kannst du ihn von da auch nicht sehen. Aber der hockt da drin. Einen dieser Garage, was das ist? Ne, 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 ne. Das ist ein Wohnhaus. Erste Etage. Aber ich weiß jetzt gerade nicht, ob der hier auf uns aimt. Der springt auf jeden Fall. Shit. Oh the fuck. Pass auf, der kommt vielleicht rein, der kommt vielleicht rein. Da unten. Der ist jetzt gerade rausgesprungen. Da ist ein M4. Der war ja schon drin. Wo ist der jetzt? Getradet. Er liegt, er liegt. Nein, nein. Er liegt. Nein. Vor uns ist gerade einer ins Piano rein. Der ist auf jeden Fall busy, Bruder. Wir sollten ihn skippen. Wir sollten den auf jeden Fall skippen. Das sehe ich auch so. Ich hoffe, der geht nicht in unser Haus rein. Ich hoffe es auch. Wenn der sieht, dass da ein M4 drin ist, dann rastet der aus. Das ist noch offen. Ich gehe direkt rein. Wir dürfen keine Seite verlieren. Ne, aber dürfen wir auch nicht. Ich gehe rein, ne? Ich bin direkt hinter dir. Lass die Tür offen. Alles gut, alles gut. Ich bin drin. Der Typ liegt im Flur. Hab Waffe in Hand, hab Waffe in Hand. Ich hab die Tür, ich hab die Tür. Hab M4 in der Hand. Ich hab die Tür, alles gut. Hab SKS am Rücken. Loot erstmal. Alles gut. Hab alles, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob man hier noch mehr looten könnte. Meine M4 fehlt noch. Der Gegner hat ja auch Rände gehabt, oder? Ja. Also ich hab die gegnerische M4. Okay, ich hab meine wieder. Perfekt, nice. Schon mal gut ausgestattet. Ich will keine meiner letzten. 37 Schuss. Full Auto natürlich. Munition im Magazin. Das ist ganz wichtig natürlich hier für mich zu checken. Ach, ich hab ein bisschen Schiss, Junge. Unten ist ein Bambi. Ne, das ist kein Bambi. Das hat eine Waffe in der Hand. Ich glaube, das ist der Typ, den wir gesehen haben, oder? Ne, ne, ne. Ich kann doch nicht alles liegen lassen, Mann. Das Bambi hat was wie alles liegen lassen. Was liegt denn hier alles? Ey, Bruder. Das findest du denn mit der Munition jetzt? Ja, wenn ich da AKSU finde, dann bin ich hier der Gott auf diesem Server. Weißt du, wie ich meine? Ja, komm. Was? Ja, ach komm. Genau, wie lange ist es vor, hier zu überleben? Naja, nur noch heute. Mit diesem asozialen Schandfleck auf der Karte. Warum genau sind wir eigentlich hier? Weil diese Police-Camp bei uns abfacken. Ah, richtig. Weil wir natürlich die Welt hier zu einem besseren Ort machen wollen. Und das ist natürlich da am nötigsten, wo die Welt am asozialsten und schlimmsten ist. Und das ist halt hier. Das ist halt in der Police, ne? Und dann würde ich sagen, wahrscheinlich würde ich sagen, würde ich sagen natürlich, dass wir hier warten auf die nächste Gelegenheit, Gutes zu tun, Bruder. Nice. Okay, Mann. Da ist wieder einer. Das Fenster, wo ich hin aimen muss. Ich gebe das recht. Oh fuck, der kommt. Ich habe diesmal die Tür, Bruder. Geht der runter? Ja, kommt zu uns. Der kommt zu uns. Ist der da schon raus? Er ist offen. Es ist offen bei uns. Er ist schon bei uns. Ist er das? Ich bin auch... Dicker. Das war aber, glaube ich... Ja, das war nicht der aus dem Piano. Der könnte auch noch da sein. Ne, ne. Der im Piano hatte, glaube ich, einen Helm. Wenn ich das richtig erinnere. Was mache ich jetzt? Es ist Third-Person-Server. Ich kann nicht richtig... Yo, hello? Was ist los? Ja, es ist Third-Person. Ich kann nichts machen, Bro. Ich hasse Third-Person. Ja, wir müssen halt hier ein bisschen ausharren. Es bringt gar nichts. Ich muss mich verbinden. Hast du die Tür schnell? Ich habe die Tür hier, ja. Vielleicht triggert ihn das jetzt. Möglich. Kann man durch den Schrank schießen? Boah. Gebe ich dir keinen Brief und Siegel. Kannst du wieder aimen? Ja, ne? Perfekt. Ja, ich kann nichts machen. Wieso liegt denn der M4? Was ist mit der? Ist leer, Bro. Ja, nehme ich trotzdem mal mit. Schadet ja nicht, ne? Ja, und jetzt? Alter, ich verstecke mich einfach hinter der Tür, Bro. Und das steckt da eh nicht. Es sei denn, die Police macht die Tür auf und killt mich. Oh, mein Gott. Der ist immer noch... Ey, der ist immer noch da in dem Gebäude, ne? Oder er ist da wieder drin. Das kann auch sein. Blaue Weste? Ja, ich sehe das nicht. Ich habe nur minimalen Pixel gesehen gerade. Ja, der will uns jetzt von da killen, ne? Ja, glaube ich auch. Ich trigger ihn kurz. Scheiße, Mann. Wahrscheinlich scheiße. Eigentlich ganz normale Situation hier in der Daisy Standalone. Was machen wir? Er kommt, er kommt, er kommt. Was? Bist du dead? Nein. Er flieht. Wo ist er hin? Ich weiß es nicht. Wo ist er hin? Ich weiß es nicht, Mann. Im Nachbarhaus ist immer noch einer. Ja. Oh, ich habe ihn getötet. Das gibt es nicht. Der im Nachbarhaus ist angehittet. Okay, gut. Wow. Und ich werde direkt von woanders beschossen. Ich bin dead. Okay, ich bin wieder im Haus, Bruder. Ja. Und im Haus gegenüber hat man die Stimmen nur sehr leise gehört. Die schien nicht 100% friendly. Einer von denen war der, der sich vorher schon aus dem Fenster gestürzt hat. Lucy war mittlerweile wieder da und wir haben mitbekommen, dass die mich pushen wollen. Okay, die pushen dich gleich, ne? Ich weiß, ich weiß. Ich habe es auch gehört. Ich könnte von hinten dann kommen, gell? Lass mal abhauen. Da ist es nichts mehr im Double Green. Warte, warte, der kommt. Warte. Ich weiß, ich weiß. Es gibt nichts mehr im Double Green. Da gibt es nichts zu holen, Bruder. Ja, dann hau ab, ne? Sie kommen gleich. Ich könnte maybe einen holen, ne? Ja, ja, einen auch, einen auch. Wenn du kannst, dann mach. Ja. Der eine ist auf jeden Fall nicht so... Bist du das jetzt? Nein, ich habe Feuerwehr. Nein, schieß. Einer dead. Ja, wo ist der zweite? Der kommt nicht. Ja, weil die gehörten nicht so wirklich zusammen. Das Problem ist, ich habe jetzt Zombie-Agro. Ja. Also, ich habe gerade kurz das Double Green gelootet. Da war nur noch die SKS drin. Mehr habe ich jetzt auf die Schnelle nicht gesehen. Ja. Und dann habe ich da zwei Leute sprechen hören. Der eine hat uns gerade vorhin gekillt. Deshalb gehe ich mal davon aus, der schien auch nicht so friendly uns gegenüber. Ja. Und dann meintest du schon, die pushen. Dann bin ich raus. Scheiß Zombies, Alter. Ich habe nur versucht, mit denen Kontakt aufzunehmen, dass sie jetzt mal nicht pushen sollen. Weil, naja, keine Ahnung, was soll das, ne? Keine Ahnung, miteinander reden. Aber der eine war schon ein bisschen aggro. What? Was ist das? Wo ist der? Das ist ein Bär? Wo denn? Ich sehe ihn auch nicht, Mann. Ich versuche mal, meine Sniper zu holen, ne? Ja. Guck mal, wer liegt denn da noch hinterm Double Green? Kann man da vielleicht noch was looten? Das bin ich, Bro. Ach so. No, mein Stuff ist weg, really. Ah ja, da, ich sehe dich liegen. Shit. Ja, ne? Also hier hat echt schon jemand hart gesaugt. Scheiße. Es ist so ein Chaos, weil man kommt dir gar nicht mehr klar. Ne, ne? Soll ich versuchen, die am 16 da noch zu grabben? Boah, schwierig. Kannst du versuchen? Ich versuche, das eine Fenster abzu-aimen. Die sind da eh nicht mehr, oder? Keine Ahnung. Ich beobachte das eine Fenster, ne? Boah. Am 16, am 16? Doch, 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 doch. Da ist noch einer. Really? Ja. Aimt, Alter. Ja, ich sehe es. Er blutet, er blutet. Oh really? Soll ich rein? Kannst du versuchen, kannst du versuchen. Ey, ich habe eh... Meine guten Waffen sind eh bei dir. Ja, okay, dann go. Pass auf, warte, warte. Ich wechsle aber auch Posi. Ja. Shit, shit, shit. Gar keinen Bock, dass der jetzt aimt. Okay, okay. Ich versuche, ins Double Green zu kommen. Ja. Bin drin. Ja. Der muss oben sein, ne? Ich gucke mal, ja, ich gucke mal, ob ich den spotten kann. Ne, ich sehe ihn jetzt gerade nicht. Aber der müsste noch oben sein. Okay, okay, okay. Okay, Bro, der hat die Tür zugemacht oben. Soll ich auch hingehen? Ich weiß es nicht, Bruder. Hast du das Fenster? Ja, ich aim jetzt gerade nicht hin, aber ich könnte innerhalb von einer Sekunde. Ich mache ihn jetzt, ich setze ihn ein bisschen unruhig. Oh, er aimt auf mich. Er guckt hier zum Fenster. Ach, scheiße. Ich dachte, er guckt zum Fenster. Ich dachte, er ist am Fenster. Fuck. Ja, okay. Ja, jetzt aimt er hierher. Jetzt ist er angry. Jetzt ist er angry. Ich glaube, er pusht raus. Ich wechsle Posi. Ich gehe zurück ins Double Red und snack mir mal die Waffen von hier. Ja. Ja, gut, ich warte jetzt hier auf dich. Hat keinen Sinn. Oh, nice try. Na, Mann. Ich glaube, der provoziert gerade. Der will dann den Nate reinwerfen. Ich glaube, er hat zwei Hits. Ich glaube, er hat zwei Hits. Okay. Der wollte gerade einen Nate. Wie lange brauchst du bis zum Double Red? Ich bin da, ich bin da. Komm rein, komm rein. Ich mache die Tür auf. Schnapp dir die Mosin und dann gehen wir rüber. Oben, oben, oben. Hier, hier, hier. Go, go, go. Keine Zeit jetzt. Ja, komm, scheiße. Alter, der Bär muss hier drin sein in dem Haus. Der muss hier irgendwie reingebackt sein oder so. Ey, ja, scheiße. Sein Mann, gibt es überhaupt Bären? Ah, ah! Geh ins Haus, schnell! Fuck off, die Treppe hoch! Ah! Der ist direkt neben mir! Bruder! Der Bär! Inciano! Ah! Ich gehe rein ins Gebäude. Ich bin oben drin. Bär, Inciano! Junge, bringt mich nicht zum Lachen. Eine Holztür trennt uns. Es trennt uns eine Holztür. Bist du da auf der Brücke? Nein, nein, nein! Hit! Der ist full equipped. Ich habe keine Munition mehr. Bro, ich glaube, du hast ihn getötet, oder? Ich habe nicht auf den Bären geschossen. Oh mein Gott, ey, ich bin immer One-Shot-Digger. Wo ist der Bär? Keine Ahnung. Ich gehe jetzt runter. Ja, ich bin gleich wieder da. Habt ihr guten Spawn? Ich pushe da jetzt rein. Vielleicht liegt er da, vielleicht nicht. Aber alleine den Bären überlebt zu haben, Bruder, ich... I don't know. Ich bin auch gleich da, ne? Hier liegen zwei Tote. Ja, ich. Ohne Tür, ohne Tür, ohne Tür. Da oben lebt noch jemand. Es lebt noch jemand. Ja, ich war doch gerade drinnen, hallo. Ach so. Ach, dann war das... Rechts reingangst. Ach, dann war das deine Mosin. Haha, okay, okay. Ja, in der Ecke, rechts direkt. Okay, okay. Der dachte vorhin, wir sind noch im Double Green, deshalb wollte er eine Nate da reinwerfen. Ah, okay. Ich bin jetzt wieder im Double Red. Ich habe keine Ahnung, wo der Bär ist. Ey, lass jetzt pushen, okay? Aber hier steppt der auf jeden Fall. Ich habe eine Idee. Ich gehe vor, ich offer mich, und du kannst ihn dann killen, so. Wie denn? Ja, ich pushe einfach rein, dann ist er auf mich fixiert. Okay. Und von wo aus schieße ich dann? Ey, du rennst auch mit rein und killst ihn dann. Mit einer Mosin. Ach so. Ja, du aimst schon? Ja, besser. Achtung, Achtung. Ich bin da. Wollen wir rein? Wo kamen die Schüsse her? Keine Ahnung, Bro. Mir ist wirklich alles egal. Ich will einfach den Camper da killen. Wo bist du denn jetzt? Vor der Tür, Bro. Bei ihm vor der Tür? Nein, bei dir. Ich komme rein. Im Double Red. Ach so, oh, sorry. Ich wollte gerade raus. Okay, let's go. Komm. Ja, let's go. Oh, fuck. Das Fenster, pass auf. Das Fenster, ja, ja. Lass das hinten rumgehen. Da war vorhin safe. Aber hier war irgendwo noch ein Fully-Cryptor. Pass auf. Ja. Vielleicht haben die sich gerade auch gek... Oder ich weiß es einfach nicht. Ja, ich habe jetzt aufgeregt. Ah, da hinten liegt der Bär. Kommst du jetzt? Ja, ich bin hinten. Ich bin hinten. Hä? Ach so. Kann man da nicht von der anderen Seite... Ah, bist du das? Weiß ich nicht. Ich bin jetzt unten drin. Ich bin... Hä? Jetzt bist du nicht oben, ne? Das bin ich. Wir sind jetzt nebeneinander. Du gehst die Treppe hoch, ne? Achtung, er aimt. Äh, du... Ah! Oh mein Gott. Ich verpiss mich. Ich hab ihn. Wie, du hast ihn? Ich geh rein, ich leb noch. Geh rein, geh rein, geh rein. Du hast ihn wirklich. Schnell, 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 schnell. Oh mein Gott. Komm, 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 komm. Alles, nimm mit, nimm mit, was geht. Ey, ich blute wie ein Schwein. Es lukt mich grad echt nicht. Ach, du bist im Gebäude. Ja, ich lute schon. Oh, sick geil, Mann. Der ist aus dem Fenster gesprungen, ne? Was? Ja, ja, der ist aus dem Fenster gesprungen. Bist du das jetzt? Das bin ich, ja. Bist du das jetzt? Alter, was? Tür, 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 Tür! Tür, wo? Achso. Are you German? No. Echt? Ey, mach auf, ich will sehen. Oh nein, töte mich nicht. Ach Gott. Ist der equipped? Kannst du den sehen? Ist ja nichts, ne? Wieso geh ich jetzt eigentlich mit blinkendem Leben vor die Tür, vor der Tür? Weiß ich nicht, soll ich das lieber machen? Ja. Junge. Und? Ich brauch das grad gar nicht, ne? Kannst du irgendwie ablenken oder so? Was soll ich machen? Ich humpel, ne? Du bist da, okay. Ja, Bruder. Kannst du irgendwie nachladen, irgendwas? Ja, kommt. Dad, 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 dad. Du bist so geil, ne? Aber ich weiß nicht, ob da noch einer ist. Der hat eine SKS. Ey, Freunde, wir können nicht mehr. Oh, okay, gut. Ich mach mir das Make grad wieder voll. Ja, gut. Ah, ich schicke mich noch nicht so. Ja? Wieso, wie erschrecken, womit? Du bist übersteuert, Junge. Ach, laber nicht. Auf jeden Fall. Ja, gut, Freunde. Ich würd sagen, wir machen hier einen kleinen Cut, ne? Ja. Sortieren hier mal alles und dann gucken wir mal, wie's weitergeht. Ja, Mann. Perfekt. Steps? Ja. Hey, chillt mal, chillt mal, chillt mal. Ja, jetzt müssen wir reden, oder? Seid doch friendly für die Community, oder? Wer bist du? Ich bin ein freundlicher Community-Menschen. Ich möchte euch eine Mosin schenken. Wie heißt du? Die Mosin. Äh, hier. Nope. Ach, du bist ein No. Tatsächlich. Ja, Mann, aber ich hab mich in Gelato umgenannt. Ach, du bist Gelato, Junge. Wir nennen mich ja ständig. Grüßt euch, ich leg euch mal eine Mosin hier. Ja, Mosin ist ja nett, aber ehrlich gesagt, wir haben hier genug Mosins. Ja, grab dir, was du willst hier oben, schnell, bevor du restartest, hat sie. Alter. Das ist natürlich sehr beruhigend, dass er hier oben glitscht. Echt? Nimm paar Waffen mit, bevor du restartest, hat sie. Bediene dich, was immer du haben willst. Danke, danke, danke. Oh mein, wow, wow, wow. Ja, voll nett. Ja, nee, dann bleib ich bei der Mosin einfach. Ja, dann bleib doch bei der Mosin. So, okay, dann bleib bei der Mosin, okay. Ja. Ja, dann nehm ich halt noch eine mit. Ja, ey, bediene dich, ne? Bist du ja allein unterwegs? Ähm, ich hab noch zwei, äh, Homies, die sind, ich weiß gar nicht, wo die sind, am Rathus oder so? Bahnhof, sagen sie, da sind die. Ähm, ja, ich will euch aber auch nicht lang stören, so. Ich wünsche euch ansonsten viel Erfolg. Nee, nee, alles gut, alles gut. Na, wir hatten gerade nur noch andere deutsche Stimmen gehört, aber die klangen nicht so friendly. Ach so, ja, nee, die waren mich auch in Discord eingeladen, aber die Homies von dem waren in der Police nicht so cool. Dann hab ich euer Gespräch mitbekommen, als ich im Double Green saß. Ja, genau, genau. Und der eine war nicht sooo... Da die in der Police halt auch so getrash-talk haben, bin ich da gar nicht erst drauf eingegangen. Ey, grüße, genau. Draußen hab ich noch mal, mach's gut. Halt die Ohren steif. Gleichfalls, gleichfalls. Passt auf euch auf, ne? Jo, ebenso. Mach's gut, ciao. Grüße an dein Team, grüße an dein Team. Later. Jo, danke, danke, danke. Das ist ein netter, ne? Und ich grüße noch Bens Oma. Gehen raus, gehen raus auf jeden Fall. Jawohl. Geil, Junge. Danke, danke. Viel Spaß euch noch, ne? Ciao. War's gut bei dir. Ciao. Falls ihr auch die ein oder andere Großmutter am Start habt, grüße natürlich gerne in den Kommentaren. Und ja, wir warten kurz den Restart ab, oder? Ja, ja, safe. Ja, ja, es sei denn, hier kommt doch noch mal jemand rein. Freunde, wir sind wieder da nach dem Restart. Ja. Ja, der ganze Loot da oben ist jetzt natürlich weg. Liegt nur auch ein ganz bisschen. Und, äh... Eine Sekunde weg, guck, du bist wieder weg. Perfekt. Ja, ich bin vor dem Pianos. Ach so. Ja, wir sind wieder da, Leute. Wir haben aber noch was vergessen, ne? Vergessen haben wir das nicht. Das heißt, wir haben das einfach nur noch nicht gemacht, ne? Ja. Und zwar die Gag-Sektion. Im Video die Gag-Sektion. Und zwar, ich hab hier, also wirklich, es ist dreifach passend, Grüße gehen raus an Svenderle. Ich hab hier einen Gag von Svenderle. Svenderle passt natürlich immer gut hier in die Episode. Der Gag passt auch sehr gut, weil es aus dem Tierreich ist, Bruder. Und natürlich, weil wir es heute schon mit einem Bären zu tun haben. Und zwar schreibt der, was ist großbraun und schreibt sehr undeutlich, Bruder. Du weißt es wahrscheinlich. Ein Braunbär. Ein Kritzli-Bär. Oh mein Gott, Dicker. Das haben wir schon lange nicht mehr, ne? Ja, waren auch Menschen-Teile. Grüße gehen auf jeden Fall raus. An Svenderle. Den hatten wir generell eigentlich lange nicht mehr, ne? Ja, das stimmt. Wir haben auch einen, der lange nicht mehr drankam. Und zwar? Äh. Ja, ist gut, ne? Und zwar Toni Mahony, Alter. Toni Mahony. Nein, wo ist er denn verschwunden hin? Sagen wir jetzt mal ehrlich. Verschwunden hin hier. Verschwunden hin, ja sicher. Hashtag Gag, Hashtag DayZ. Mit was kochen, rappen? Mit was kochen, rappen? Ja. Also mit was kocht zum Beispiel der Boss? Normalerweise mit Wasser, ne? Ist das irgendein Wortwitz mit Wasser? Mit Rapsöl! Oh. Oh Gott, die ganzen Zombies. Ja, lustig. Toni. Oh scheiße. Da wird sich der Boss freuen, dass du ihn hier erwähnt hast, natürlich. Bist du Bahnhof wieder? Ja, ja, ich komm mit Zombies. Gutes Gameplay hin und her, ne? Ja. Ja, grüßchen raus, danke für die Gags, Jungs und Mädels, ne? Und wir sortieren uns ganz kurz. Jetzt kommt doch mal rein hier, ey! Das hat... Meine Frasse. Ja, Tür geht nicht zu. Ach, ich raste aus. Kann man bitte das Game wechseln? Irgendwas. Mario Kart, Mario Party irgendwie. Dies, das oder hier. Weiß ich nicht. Mario Kart? Ja. Liebe Freunde, in der nächsten Episode gibt es eine Runde PUBG mit Daniel. PUBG, 19 Uhr nächste Woche, ey, auf. Ich hatte fast wieder was gesagt, ne? Ja, ich bin fast tot wegen dir, so ne? Wieso das denn? Ja, weil du mich hier alleingelassen hast mit humpeltem Leben. Ach, jetzt wird es so rumhumpelt. Gut, wir machen einen kleinen Kart und gleich nochmal einen letzten Push hier. Und ja, dann sehen wir uns gleich in entsprechender Position wieder. Ja, nice. Wo bist du jetzt schon wieder? Ja, am Bahnhof am Kämpfen, weil du geflüchtet bist. Immer noch. Ich hab rotes Leben. Hä? Der hat uns schon gesehen. Siehst du das? Er aimt schon auf mich. Ich bin gleich tot, Bro. Ich kann nicht ausweichen. Wo steht er jetzt? Wo steht er jetzt? In dem Auto, oder? Ach, dieses Third Person. Ja, die sind zu zweit. Die sind zu zweit. Ja, was soll ich machen? Ich kann nicht fliehen. Die sind einfach zu zweit, Bruder. Wenn der von oben kommt, sind wir tot. Ja, ich versuche rüber zu rennen. Einer ist in das Piano gerannt. Lass nach hinten hin abhauen. Ich kann nicht abhauen. Dann halt durch. Die denken noch, du bist da. Er kommt bald von oben, ne? Ja, ich liege irgendwo hinter den Gleisen. Scheiße, Mann. Ich versuche, die irgendwie zu flankieren. Da ist irgendein Bambi, glaube ich, das mich gesehen hat. Aber, ähm. Ich versuch's, ich versuch's. Nee. Bleib da. Ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg. Ach so, du bist weg, meinst du? Okay, okay. Ich laufe Richtung Krankenhaus. Was? Woher? Woher ist das denn wieder ab? Junge? Nur Richtung Krankenhaus, nicht zu Krankenhaus, Mann. Bist du das an der Schiene? Nee, ich bin nicht an der Schiene. Oh, Dicker. Ich bin jetzt hinter der ersten Häuserreihe. Es ist so scheiße wieder. Ich bin tot. Wie, du bist tot? Ja, weil du nicht kommst, Mann. Bist du das? Bruder, hilf mir, Aschi. Aschi aimt auf mich, bitte. Ja. Da ist doch irgendein Bambi. Die gehören bestimmt alle zusammen. Ich hab ihn, ich hab ihn. Sehr, sehr gut, Bruder. Sehr, sehr gut. Da aimt noch einer. Wo? Hab ihn? Ach, du bist so geil. Aber das war's noch nicht. Da waren noch mehr Spieler. Bist du gerade rüber gerannt, ne? Ja, ich bin gerade rüber gerannt. Bruder, du bist einfach nach Uganda gerannt. Wo bist du? Hier gegangen, Junge. Wieso ist doch alles gut? Einer folgt dir, glaube ich. Ja, das ist ein Bambi. Ich folg dir mit Machete. Ja, ich seh ihn, ich seh ihn. Yo, hello. Oh, Baby. Oh, Baby ist der Full. Du musst zu mir kommen. Hey, what's up, Mann? You alright? I'm naked, I'm naked. Alter, du musst unbedingt zu mir kommen. Sorry, was? What? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich hab Stimmen gehört bei ihm im Hintergrund. Das ist mir zu... Zu, du weißt schon was. Ich brauche dich. Ich brauche dich auch, Bruder. Er ist komplett Full. Der ist auch komplett Full hier. Ich weiß gar nicht, was ich nehmen soll. Bruder. Steps. Ich bin nicht da, ne? Das... Oh, shit, das war der von eben. Nein! Was ist los? Renn, Dicker! Warum? Was? Warum hörst du es nicht? Natürlich höre ich das. Das tut mir sehr leid, dass ich den jetzt hier gekillt habe. Das war so aus dem... Aus dem... Aus dem FF. Aus dem FF, genau. Ich bin groß wieder, wo wir waren. Geil, Bruder. Geil, geil, geil. Aber ich muss mich hier gerade ein bisschen sputen. Rucksack an. ACOG. Oh nein, ich hab die M4 oben gelassen. Geil raus an den Bruder, den ich gerade erschossen hab. Ey, Bro, wirklich, was machst du gerade? Looten. Du wirst dich auch freuen, wenn ich gleich ein bisschen was mitbringe. Ich bin Full equipped. Ich hab Tundra, M4. Ich hab auch ne Tundra und auch ne M4. Ja, oben liegt noch ne M4. Full equipped, wenn da einer zurückkommt zu mir, Dad. M16. Ja, diese M16, Digga. Ich kann leider nicht alles mitnehmen. Hier ist noch ne Mosin mit Skop. Gutes Deutsch auf jeden Fall an der Stelle. Ich bleib ein bisschen die Spucke weg. Wo bist du jetzt? Ja, beim Bus wieder. Beim Bus. Okay, ich komm mal runter zum Bus. Vielleicht kann ich da noch irgendwas mitnehmen. Ich komm jetzt runter, Bruder. Hier die Stiegen. 1, 2, 3. Da hüpft er über den Zaun. Wahrscheinlich am Bus, oder? Wo ist denn die Leiche hier? Bruder, ich hab fünfmal gecallt, dass ich wieder am Bus warte auf dich. Ich kann doch nicht hier oben warten. Wenn du wieder nach Uganda läufst. Da hab ich ihn zerberstet. Oh. Kann ich hier noch was mitnehmen, oder lieber nicht? Ja, eigentlich schon, ne? Alter, Alter, was ist hier alles? Ja, hab ich doch gesagt, Digga. Er glaubt mir wieder nicht. Ich kann das nicht alles mitnehmen. Ich schwitz wieder hart. Ich hab vorhin kalte Hände gehabt. Kannst du nicht das Field-Backpack hier oder so? Der ist kaputt, Junge. Lag hier nicht noch eine M4? Ja, der lag noch eine M4. Ach, hier. Kann man den tragen, wenn der ruiniert ist? Ja. Ja doch, das geht noch. Warte, ich loote hier viel zu lange, ne? Ich loote viel zu lange. Ja, ich auch nur. Aber hey, man lernt's halt nicht, ne? Nee, nee, nee. Man lernt's halt nicht. Weißt du, ist so, ne? Die Gier ist immer größer als die Vernunft. So ist das, Freunde. Die Äußerei, oder was? Ja, ja. Warte, ich komm raus. Alter, warte, ey. Wo bist du jetzt? Komm. Da. Ja, das bist du, ne? Ja, ja. Ey, Leute, wir sollten uns verpissen, ja, ne? Ja, wir sollten uns echt verpissen. Es tut mir sehr leid, dass ich den grad gekillt hab. Ich hab noch seine Stimme gehört, aber da hab ich schon abgedrückt. Grüße gehen raus nochmal, sorry, aber es war grad ein Chaos. Grüße gehen raus, aber wer sich da anschleicht, wenn jemand lootet, ist, also, ist... Er war sich des Risikos bewusst, ja? Man wusste ja auch nicht, dass wir das sind. Passiert, ne? Ja, passiert, passiert. Oh, ja. Und jetzt? Ja, komm mal mit. Oh, und dann? Dann loggen wir irgendwo aus. Ja. Und vorher gucken wir nochmal, ob wir ein bisschen Loot sharen oder so, oder wie wir das mitkriegen hier. Weil wir können definitiv nicht alles behalten. Und dann würd ich sagen, machen wir nen Abgang, ne? Ja. Perfekt. Ja. Alles klar, Freunde. Würde ich sagen, rein abonnieren. War's wie? Ja, rein abonniert, Freunde. Das Folgende ist jetzt. Das ist jetzt das Ende der Episode. Hab ich nicht gecheckt gerade, hab ich nicht gecheckt gerade, ne? Meine Fresse, ey. Ja, ich bin noch in der Gier-Modus, Junge. Ja, dann bis nächste Woche Sonntag, 19 Uhr, Freunde. Heute wieder ein bisschen überlänger anscheinend. Wir haben ja sonst nichts zu tun, ne? Und dann dementsprechend liken, kommentieren nicht vergessen und abonnieren, so, ne? Achso, ja. Alles klar, perfekt. Bis nächste Woche Sonntag, 19 Uhr, nice.